Herzlich willkommen von der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sitzen immer noch hier und bauen in dem Fall Funpacks für Lego Dimensions auf. Wir sind noch einmal bei den Simpsons, in dem Fall Bart Simpsons und ein Automobil, ein Gravity Sprinter. Was wir nicht kennen. Wir lernen es kennen, würde ich sagen. Ja, bitte. Wird im Spiel schon seine Bedankt haben? Ich denke auch. So, wo ich mal eben ran. Ja, die Verschreibung wollen, die es hier drin ist. Ja, wie viele Figuren zusammenbauen, wissen wir mit der Hand. Wobei, jetzt hast du Humor und Bart. Ja, warte. Vielleicht kommt Lisa ja auch noch. Noch nicht, noch gibt es nicht. Oh, das ist sogar neu, oder? Nein, krass. Das schon. Ach, guck mal, was ich hier habe. Kommst du mir raus. Den brauchst du mir nicht. Aha. Was haben wir noch? Ein Profi-Werkzeug. Geil. Noch eins. Ist ja nicht schlimm. Kann man immer gebrauchen. Natürlich. Bisher null Mal, aber immer häufiger. Ich habe von Papa genutzt, ja. Heute? Ja. Ich kann nicht mehr kicken. Wo war ich denn dann? Ja, weiß ich nicht. Hast du geschlafen. Hast du... Ohohohoho. Jetzt müsst ihr euch mal reinziehen, was ich mir die ganze Zeit anhören muss, wenn die Kamera aus ist. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. So, Bart ist fertig. Wo ist die Anleitung für? Jetzt bist du mal dran. Ich habe schon die letzten drei gemacht. Ja, ja. Wollt ihr auf die Anleitung? Ja, ja, ja. Wieder auf dem Tablet, weil Lego irgendwie meint, das muss so sein. Ja, während du Spiels aufzubauen hast. Das gucken wir uns mal an, wie die sich das denken. Dann läuft dann so ein Timer, zehn Sekunden. Genau. Und ich bleibe da nochmal stehen. Bitte warten, bitte warten. Geil wäre auch, das wird zwar nicht passieren, wenn das so ist wie in den anderen Legos Spielen. Du musst Sachen kaputt machen und daraus ein neues bauen. Das wäre geil. Wenn du dann erst die Sachen benutzen könntest, wenn du aus der Umgebung die Sachen zusammengesammelt hast. Das wäre toll. Die Idee ist nicht schlecht. Die Idee wäre gut. Dann kann man nicht, dass es so gemacht wird. Nein, das denke ich auch nicht. Bei den anderen ist es ja so. Bei uns machst du irgendwelche Kisten kaputt oder so und dann sind dann Einzelteile drin. Ja, genau. Und dann hast du auf einmal ein Auto da stehen lassen. Ist es fertig? Nein. Ja, doch. Wie? Ja, doch. Next. Weißt du, hast geguckt? Okay. Hast du ja gemerkt, ja genau. Hast du ja gemerkt? Wie rum? Wohin? Fotografisch ist gedächtnisch. Genau. Äh, was ist das? Von diesen Hupen, diese Feuerlösch-Dinger. Nach unten. Kannst du halt weitermachen. Das war zu viel, ne? Hä? Wie, zu viel? Hä? Hä? Ich hab's Lenkrad. Eigentlich mal ein Lenkrad. Wir hatten schon lange können. Wir haben so viele Autos gebaut und ich einen Lenkrad. Das sind doch nichts. Das ist das Lenkrad, was wir haben. Ja, der braucht noch nicht. Batman steuert es mit seinen Gedanken. Genau. Die Adventure, weiß ich nicht, was die machen. Telepathie. Also. Ich glaub, du bist schon fertig. Warte. Das gibt's doch gar nicht. Aber viel über. Ja, weil der hat ja wahrscheinlich dann alles in einer Dings gepackt, weil das auch... Ach so. Ersatz. Könnte sein. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Warte mal, war nix? Irgendwann, war nix. Also, alt. Wollte mal ungeraum. So, jetzt noch aufs Bode ist. Ja. Das war's. Mit dem weiß ich gerade gar nix anzufangen. Nee, ich auch nicht. Aber zumindest haben wir Hummer und Bart jetzt schon mal. Richtig. Da fehlen nur noch Lisa, Marge, Maggie und Flanders. Und die ganzen anderen. Oh, stell dir mal vor, für jeden Pack. Oh, je, je, je. Oh, Christy Burger. Genau. Und dann mit seiner Arena, wenn er seine Show macht. Ja. Das war cool, ja. Ja. Tja. 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 Tja.